Weisst du eigentlich, wie man sich bei einem Business-Fotografen korrekt vor die Kamera stellt, damit auch dein Portrait souverän und fachkompetent wirkt? Nicht? Sehr gut, weil ich habe heute ein paar Posing-Tipps für dich, wie du dich vor der Kamera präsentieren kannst, damit auch dein Foto absolut perfekt wird. Wie das funktioniert, zeige ich dir im Studio. Komm mit! Wir befinden uns jetzt in einem Studio-Setup. Das ist heute mit Dauerlicht ausgestattet, da ich das Ganze auch auf Video aufzeichne, um dir das zu demonstrieren. Wie stellst du dich jetzt also für ein Business-Potrait korrekt vor die Kamera? Wahrscheinlich stehst du, wie die meisten Menschen, nicht jeden Tag vor der Kamera und brauchst diverse Hinweise und Tipps und genau die gebe ich dir jetzt. In der Regel haben wir alle ein Lieblingsbein. Bei mir ist es das Rechte. Wenn ich lang stehe oder warten muss, irgendwann lande ich immer auf meinem Lieblingsbein. Ich knicke hier ein bisschen ein in die Hüfte und das vordere Bein, der vordere Fuss, der geht nach vorne, um auszubalancieren. Was passiert jetzt genau hier? Ich zeige das mal von der Seite. Wenn ich hier so stehe, Gewicht auf dem Lieblingsbein, bei mir das Rechte, vorne ausbalancieren, ich übertreibe ein bisschen, dann lehne ich mich automatisch ganz leicht nach hinten. Das Kinn geht nach unten, damit ich gerade schauen kann. Und im schlimmsten Fall mache ich jetzt noch die Arme hier verschränkt, ich mache sie zu. Wenn ich das zu dir mache, dann sieht das etwas abweisend aus. Im schlimmsten Fall nehme ich die Schultern noch unter die Ohren und dann sind wir wirklich auf Distanz und sagen, nein, auf das habe ich jetzt echt keinen Bock. Und darum sagt man auch generell, dass man die Arme in einem Business-Portrait nicht verschränken sollte, weil es sieht dann eher etwas abweisend aus. Was hat es also aber mit deinem Lieblingsbein zu tun? Wir können dieser Pose ganz natürlich und ganz einfach entgegenwirken, indem wir jetzt mit dem Lieblingsbein einen Schritt nach vorne zu dieser Markierung machen, das ganze Gewicht auf das vordere Bein nehmen und hinten ausbalancieren. Was passiert jetzt? Ich zeige das auch mal von der Seite. Wenn ich das Bein nach hinten nehme, um auszubalancieren, lehne ich mich ganz leicht nach vorne. Ich muss das Kinn anheben, das spannt unter Umständen mein Doppelkinn. Und wenn ich jetzt die Arme verschränke, und das zeige ich auch noch mal zu dir, bin ich mehr in einer Position von Souveränität als, Achtung, Ablehnung. So bin ich auf Distanz und so bin ich eher zuvorkommendem. Auch hier kann ich jetzt die Arme verschränken und das sieht viel entspannter aus. Oft wollen wir die Arme aber in einem Business-Portrait nicht verschränken. Und deshalb, was machen wir mit den Händen? Also lassen wir die einfach hängen. Da sind wir auf schweizerdeutschgesagt Nussgipfel, so ein bisschen in diese Richtung. Sieht nicht so toll aus, also was können wir tun? Wir können vier Finger nehmen und falls du Hosentaschen hast, kannst du diese hier hineinpacken in deine Hosentaschen. Der Daumen bleibt aber draussen. Weil hängen lassen, Nussgipfel, alle fünf Finger rein ist mehr ein bisschen das Calvin Klein, der Calvin Klein Model Look, wo dann das Kinn an der Schulter ist. Wenn wir aber die Daumen draussen lassen, haben wir eine gute, stabile Position, mit der wir arbeiten können. Wenn ich jetzt das Ganze sehr gerade zu dir mache, dann bin ich viel zu breit. Also wenn du das jetzt mal ansiehst, das passt nicht so gut. Darum ist diese Markierung auch leicht etwas schräg angesetzt, dass ich dann meine Zehen etwas eindrehe. Und jetzt dreht sich der Oberkörper automatisch mit. Aber meine Nase bleibt direkt bei der Kamera. So habe ich eine gewisse Dynamik. Vielleicht erinnerst du dich, vor der Pandemie haben wir uns noch die Hand gegeben zur Begrüßung. Und da hatten wir diese Dynamik auch drin. Dementsprechend ein Schritt an die Markierung, vier Finger in die Hosentaschen, Daumen bleiben draussen, Schultern schön gesetzt, gute Spannung im Bauch und im Oberkörper. Und dann nur den Kopf zur Kamera. Wenn du so stehst, bleibt mir nur noch ein kleines Set an Anweisungen, die ich dir geben kann, damit das perfekte Bild nachher geschossen werden kann. Einerseits ist das dann die Nase nach links, rechts, hoch und runter. Und wenn ich dann diese Bewegung mache, ist dein Kopf allenfalls in diese Richtung schräg und ich hole dich zurück. Oder er ist auf diese Seite schräg und ich hole dich so zurück. Und am Ende, mit diesen paar kleinen Anweisungen, schaffe ich es dann, ein sehr sympathisches, zu vollkommendes, fachkompetentes und souveränes Businessporträt von dir zu schiessen. Ich hoffe, du konntest wieder etwas lernen heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Video mit dabei bist. Wir sehen uns. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.